Da ja viele von uns auch Haustiere haben und ich glaube auch sehr viele haben Katzen, habe ich jetzt was für euch. Also bleibt dran, viel spaß. Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Food-Hall für euch, aber mal einen anderen Food-Hall. Und habe mal ein bisschen was für meine Katzen gekauft, weil die jetzt schon so alt sind. Die sind 14, 13, 12 und die haben so ein bisschen Probleme, Magenprobleme und da habe ich gedacht, ach komm, jetzt gehst du mal hin und lass dich mal beraten und mal gucken, was wir machen können. Und jetzt hat er mir empfohlen, nicht der Dieter Bohlen, hat er mir empfohlen und zwar habe ich erst mal vier Dosen mitgenommen. Sensitive, Real Nature, Hirsch und Huhn mit Naturreis und Handöl. Okay, die sehen so aus, dass 33 Prozent Hirsch aus Fleisch und Lebern, 33 Prozent Huhn aus Fleisch, Herzen, Magen, Leber, 30,5 Prozent Hirsch und Hühnerfleischbrühe, 2 Prozent Naturreis, 1 Prozent Mineralstoffe, 0,5 Prozent Hanföl, kein Zucker, kein Getreide, kein nichts, nichts, nichts. Und ja, ich koste zwar 1,19 Euro die Dose, aber Leute, das ist mir ja, wenn es um meine Tiere geht, ja, also wenn sie dadurch besser, wenn es ihnen dadurch besser geht. Willst du hallo sagen? Lady in beige heute. Hallo Fans. Ja, davon habe ich vier Dosen erst mal mitgenommen, um zu testen, ne? Das ist eine wirklich 1,19 Euro. Und schaut mal. Dann habe ich mitgenommen, habe ich auch noch nie gesehen. Die zanken sich gerade wegen dieser Catnap-Stangen. Jeder hat eine bekommen von euch. Jeder. Ne? Jungs. Jeder hat eine bekommen. Sieht aber ganz schön zersinnend aus. Oh, Feier. Ja, ich habe mich hier diese Baldrian Catnap-Stangen, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist Natur und so Hölzer. Und ja. Und Catnap ist ja, wie so Baldrian Catnips sind ja für Katzen sehr gut beruhigt. Vor allem für Kater. Für Kater. Ja, ja. Ja, aber bald daran ist für Kater ganz schön, aber das ist ja hier überwiegend Catnip. Und da können die, ähm, können die, ähm, können die drauf rumkauen. Und, äh, äh, fördert den Spieltrieb. Und ich habe auch 3 Euro, 3,89 Euro, diese kleine Verpackung hier. Aber egal. Ich meine, das sind meine Katzen. Und Wo ist denn deine Stange? Musst du nicht Tilas Stange nehmen. Dann habe ich mir mitgenommen Wilderness, Real Nature, Pure Chicken, Trockenfutter, 70% Huhn, 70% Huhn, 30% Obst, Gemüse, wertvolle Zutaten, Fruits, muss ich mal gucken hinten. Und 0% Getreide. Also, das ist doch schon mal. Also, Hühnerprotein, 36%, frisches Hühnerfleisch, 15%, Erbsen, getrocknet, 15%, Kartoffelflocken, Hühnerfett, Hühnerprotein, frische Hühnerleber, Äpfel, Spinat, schwarze Johannisbeere, getrocknet, Blaubeeren, also Granberries. Aronia Beeren, Rosmarin, Katzenmenze, Petersilie, Flohsamen. Mein Gott, also da bin ich echt gespannt, ob sie das hier besser vertragen. Das habe ich einmal in Chicken mitgenommen und einmal in Huhn und Fisch. Da kam die Tüte hoch, fast 4 Euro. Wie für Gramm hoch? 300 Gramm, knapp 4 Euro. Ja. Müssen wir doch mal gucken, wie sie das vertragen. Und dann habe ich gesehen, Oh, voilà. Habe ich gesehen, das sind so cremige Leckereien für Katzen. Ja, kannst du schon mal mit das in die Küche nehmen. Cremige Leckereien für Katzen. Das ist ja einmal ein Lachs. Ich hoffe, da ist jetzt keine Träger oder so drin. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ähm, muss ich mal gucken. Lachs. Lachsöl. Nö, als erste Brüche. Erste Stelle steht Lachsöl. Lachsöl. Ja, nur Lachsöl. Natürlich Aroma, ähm, Taurin. Ergänzungsfuttermittel für Katzen. Füttern Sie eine ausgewachsene Katze. Bisschen, drei Päckchen täglich. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall mit Lachs. Und das ist mit Hohn. Und da gab es, das kam 2,99. Und wenn er eins gekauft hat, hast du eins gratis dazu bekommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, das war mal ein anderer Futhall. Wenn euch das so was weiterhin interessiert, was ich so an Tiernahrung kaufe für meine Katzen, dann sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr euch auch reinschreiben. Aber ich dachte, es sind ja viele Katzenliebhaber unter uns, die vielleicht auch ältere Katzen haben, vielleicht auch mit Magen-Darm-Probleme. Und ja, meine sind jetzt in dem Alter, wo sie halt diese Probleme haben, wo sie es öfter an sich übergeben und das Futter einfach nicht mehr vertragen. Und deswegen muss ich jetzt umsteigen aufs andere Futter. Ist zwar etwas teurer, aber was soll's. Wir essen ja auch nur das, was uns schmeckt und was wir vertragen. Wir essen ja nicht Sachen, die uns nicht schmecken und die wir nicht vertragen. Nur weil es preiswert ist, oder? Macht niemand von uns. Und wir erst recht nicht. So, meine Lieben, das war von mir ein kleines Lebenzeichen. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Mein Blutbild sieht gut. Naja, was heißt gut? Entzündungswerte sind erhöht. Aber das ist ganz klar. Aber ansonsten nicht so auffällig, wie die Ärztin vermutet hat. Deshalb bin ich ganz froh. So, und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, dass dann meine Stimme wieder da ist. Richtig und so. Okay, meine Lieben. Passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.